Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Microsoft Messaging Administrator Associate. Wir haben uns in einer der letzten Folge über Benutzerpostfächer unterhalten. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir uns über Ressourcenpostfächer unterhalten. Ich befinde mich im Exchange Admin Center und zwar auf meinem On-Premises Exchange Server. Also nicht im Microsoft 365 Portal, sondern auf meinem On-Premises Exchange Server. Ich befinde mich bei Empfänger und exakt bei den Postfächer. Wir haben Benutzerpostfächer erstellt. Jetzt geht es darum, dass wir sogenannte Ressourcenpostfächer erstellen. Zum Beispiel können Sie ein Ressourcenpostfach anlegen für einen Beamer oder ein Ressourcenpostfach beispielsweise für ein Geschäftsauto. Warum Ressourcenpostfächer? Ganz einfach. Sie können dann ein Ressourcenpostfach, wenn Sie beispielsweise einen Kalendereintrag erstellen, dieses Ressourcenpostfach gleich mit einbinden. Also wenn Sie beispielsweise eine Sitzung planen und Sie brauchen dazu ein Sitzungstimmer. Ah, ein Sitzungstimmer können wir ebenfalls ein Ressourcenpostfach erstellen. Dazu komme ich gleich. Und dann können Sie zu dieser Sitzung auch noch den Beamer ebenfalls einladen. Also im Prinzip dann den Beamer reservieren. Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich navigiere zu diesem Plus-Symbol. Ich klicke auf diesen Pfeil und dann haben wir die Auswahloptionen, und zwar ein Raumpostfach und ein Gerätepostfach. Erstellen wir zuerst einmal ein Gerätepostfach, also beispielsweise eben einen Beamer. Dazu verwende ich ganz einfach den Namen Beamer. Dann der Alias ist ebenfalls Beamer. Und dann kann ich eine Organisationseinheit auswählen, wenn ich das möchte. Das werde ich jetzt machen. Ich klicke auf Durchsuchen und ich wähle die Organisationseinheit Technik aus. Und OK. Dann weitere Optionen. Auf welcher Postfachdatenbank möchte ich dieses Gerätepostfach ablegen? Das kann ich ebenfalls auswählen, wenn ich das möchte. Muss ich aber nicht. Aber ich werde das machen. Ich klicke auf Durchsuchen und ich wähle die Datenbank aus DB01. Und eine Adressbuchrichtlinie könnte ich ebenfalls hinzufügen. Das lasse ich jetzt mal weg. Und ich wähle Speichern. Und jetzt wird dieses Gerätepostfach erstellt. Ist nun vorhanden. Und jetzt kann ich mit einem Doppelklick dieses Gerätepostfach editieren. Oder es ist markiert. Ich navigiere zu diesem Symbol und ich kann so ebenfalls dieses Gerätepostfach editieren. Ich werde das nun etwas grösser machen, damit Sie das besser sehen. Wir haben die Möglichkeit, die Kapazität hinzuzufügen. Wir haben einen Beamer und da brauchen wir keine Kapazität. Wir werden aber später sehen, wo das sicherlich sinnvoll ist. Dann die weiteren Optionen. Wir sehen die Organisationseinheit, die Postfachdatenbank, dann Alias. Wir können die Abteilung ebenfalls hinzufügen. Ich habe bei der Organisationseinheit Technik ausgewählt. Also wähle ich hier bei der Abteilung ebenfalls Technik aus. Dann die Stellvertretungen können wir hinzufügen. Zum Beispiel Buchungsanfragen automatisch annehmen oder ablehnen. Oder Stellvertretungen auswählen, die Buchungsanfragen annehmen oder ablehnen können. Also Sie haben die Möglichkeit, dass jemand dieses Gerätepostfach verwalten kann. Kann also die Buchungsanfragen dann entweder annehmen oder ablehnen. Ich belasse es beim Standard. Dann die Buchungsoptionen. Da haben wir ebenfalls zusätzliche Möglichkeiten. Zum Beispiel Besprechungsserien zulassen. Oder Terminplanung nur während der Arbeitszeit zulassen. Oder immer ablehnen, wenn das Enddatum hinter diesem Grenzwert liegt. Maximale Buchungsvorlaufzeit 180 Tage. Maximale Dauer 24 Stunden. Das können Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse anpassen. Dann die Kontaktinformationen. Dann die E-Mail-Adresse. Sehen wir hier beamer.kontosotom.ch Dann E-Mail-Info. Sie können hier eine Info eintragen. Und dann auch noch die Postfachstellvertretung können Sie ebenfalls einrichten. Senden als oder senden im Auftrag von. Das sind die Einstellungen, die Sie bei diesem Gerätepostfach machen können. Jetzt erstellen wir ein zweites Ressourcenpostfach. Und zwar ein Raumpostfach. Das ist sehr ähnlich. Wir verwenden hier Sitzungszimmer. Beispielsweise Sitzungszimmer. Und wo ist das Sitzungszimmer? Nehmen wir an, es ist in der Administration. Also wähle ich Sitzungszimmer und dann schreibe ich gleich noch hin Administration. Der Alias, den können wir abkürzen. Beispiel Sitzung Admin. Das müssen Sie auch wieder selbstverständlich für Ihre Bedürfnisse anpassen. So, dass es für Sie Sinn macht. Sitzungszimmer Administration ist vielleicht jetzt ein etwas langer Name. Könnte man sicherlich noch optimieren. Aber ich wähle auch wieder eine Organisationseinheit aus. Nämlich Administration. Okay. Und jetzt können wir den Ort angeben. Und Telefon und Kapazität. Beispielsweise, wenn Sie verschiedene Standorte haben in Ihrer Organisation, können Sie hier den Standort angeben. Wenn die Administration jetzt beispielsweise in Bern zu Hause ist, geben Sie Bern an, das Telefon. Und dann vielleicht noch wichtig, die Kapazität. Wie viele Personen haben Platz in diesem Sitzungszimmer? Zum Beispiel 20 Personen. Sie können selbstverständlich, wenn Sie eine Einladung generieren, mit diesem Raumpostfach können Sie auch 25 Benutzer einladen. Da werden Sie nicht gehindert bei dieser Kapazität. Das ist einfach eine informative Zahl. Dann die weiteren Optionen. Ich navigiere nach unten. Ich kann wieder die Postfachdatenbank auswählen. Das ist DB01. Das ist okay. Und keine Adressbuchrichtlinie möchte ich dazu weisen. Ich wähle Speichern aus. Und jetzt haben wir ein weiteres Ressourcenpostfach erstellt. Nämlich Sitzungszimmeradministration. Ebenfalls mit einem Doppelklick können Sie nun dieses Postfach editieren. Das sind sehr ähnliche Informationen. Wir sehen allgemein weitere Optionen. Da können wir auch wieder die Abteilung noch angeben. Eben Administration. Dann Firma. Dann Stellvertretungen. Sehr ähnlich wie vorher. Die Buchungsoptionen. Auch wieder sehr ähnlich. Die Kontaktinformationen. Die E-Mail-Adresse. E-Mail-Info. Und die Postfachstellvertretung. Ich bin soweit zufrieden. Und ich wähle Speichern. Jetzt haben wir gesehen, wie wir bei unserem On-Premises Exchange Server Ressourcenpostfächer konfigurieren können. Wie funktioniert das in Microsoft 365? Sehr ähnlich. Ich navigiere zu einem anderen Browser. Ich befinde mich nun im Microsoft 365 Exchange Admin Center. Also in der Online-Umgebung. Ich navigiere zum Dashboard. Dann können wir beispielsweise die Recipients aufrufen. Und dann haben wir bei den Recipients ebenfalls die Möglichkeit, unter Resources sogenannte Ressourcenpostfächer zu erstellen. Wir klicken wieder auf diesen kleinen Pfeil und wir sehen Room-Mailbox und Equipment-Mailbox. Ich werde einmal versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt die Sprache da vom Browser anzupassen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Room-Mailbox. Also wir können auch wieder ein Room-Mailbox erstellen, wie wir das On-Prem gemacht haben. Sie erinnern sich? Sitzungszimmer-Administration. Jetzt werde ich das etwas abkürzen. Ich verwende da ganz einfach Room 1. Simpel und einfach. E-Mail-Adresse ebenfalls Room 1. Dann die Location ist jetzt sicherlich wertvoll. Wenn ich das Ganze mit Room 1 benenne und sonst keine Angaben hinzufüge, dann ist die Location sicherlich sinnvoll. Aha, dieser Room 1 ist also in Zürich. Dann die Telefonnummer, auch wieder die Kapazität. Da wähle ich nun 15 aus. Aber jetzt kommt der Unterschied zur On-Premises-Umgebung. Sie sehen, ich kann jetzt keine Datenbank auswählen. Diese Option steht nicht zur Verfügung. Ich klicke nun auf Save. Nun wird dieses Ressourcen-Postfach erstellt. Wir sehen, Saving completed successfully. Vielen Dank. Und jetzt haben wir ein neues Ressourcen-Postfach. Auch wieder mit Doppelklick können Sie nun dieses Postfach entsprechend anpassen. Und wir erstellen selbstverständlich auch noch eine Equipment-Mailbox. Wir hatten On-Premises einen Beamer erstellt. Also ein Postfach für einen Beamer. Und da wählen wir nun aus. Es ist ein Auto, also ein Car. Car und dann verwenden wir noch beispielsweise die Marke. Es ist ein Ford, also Car-Ford. Auch da die Namensgebung vielleicht jetzt nicht 100% ideal. Aber es handelt sich um ein Geschäftsauto, welches ebenfalls in eine Terminplanung eingebunden werden kann. Wir haben keine Auswahloption zur Datenbank. Das ist okay. Wir wählen ganz einfach Save aus. Und jetzt haben wir eine neue Equipment-Mailbox. Ich bestätige das Ganze und wir sehen, beide Postfächer sind nun vorhanden. Wir haben eine Equipment-Mailbox und eine Room-Mailbox. Und auch die Equipment-Mailbox können Sie selbstverständlich auch wieder editieren. Entweder mit einem Doppelklick oder zu diesem Symbol navigieren. Sie wählen Edit aus. Und Sie können selbstverständlich auch dieses Ressourcen-Postfach wieder editieren. Wir haben nun gesehen, das Erstellen von Ressourcen-Postfächern ist in Exchange Online und in Exchange On-Premises sehr ähnlich. Wir haben aber auch die gewissen Unterschiede miteinander besprochen. Vielen Dank.